Du hättest dich jetzt und hättest dich jetzt über Nacht über dich, wenn du deinen Spaß hast. Wenn du so eine Stille hättest, ich glaube nicht, also, ich hab jetzt hier exakt noch ein Ding und da gibt es die Entscheidung, lassen wir Armin. Der Kind hat sich so bewegt, ist nochmal ins Bettchen zurück. Mach noch ein bisschen, Scheiß. Ja, wenn es rausfällt, kann man es wiederholen. Jetzt kommt der Bubi. Oh, jetzt klaut der Bubi dir das. Schwupps. Bubi, gehört dir das denn? Ja, offensichtlich ja, ne? Du willst mir das geben? Ja, dann musst du mir das geben. Na, hau es wieder ab. Und jetzt? Eigentlich gehört das Nikita. Ja, komm, dann bring es mir. Nein, Bubi, nein. Ach, du hast den Kong gefunden. Ja, sowas Tolles. Ja, komm mal hier, Schatz. Bubi, komm, gib mir das mal. Ja. Ja, du bist so nah. Ach, Putzi. Hey, der hat den Kong, der Bubi hat den Kong. Bubi? Nikita, das kannst du noch nicht, ne? Ja. Kabo, wir bringen den. Dankeschön, mein Schatz. Achso. Jetzt müssen wir mal in die Tasche gucken. Achso, ja. Einmal Tasche gucken. Hast du toll gemacht, Junge. Ja. Okay, super. Jetzt meinst du, andere Seite? Oh, da ist auch nichts mehr da. Nichts alle, alle. Na, wie war denn da? Ja. Ja, ja. Doch, doch, doch. So, geht es mir jetzt hier so durcheinander. Tschüss.